Zweite Weltkriegsbunker, blendende Scheinwerfer und Propagandaplakate. Ja, die Lera, die kämpft sich hier gerade weiter durch die Weltkriegsbunker, um dann gleich auf diesen Kommunikationsturm zu kommen. Oh, und da liegt schon wieder was. Ein Geocache. So, gucken wir uns natürlich wieder genau um, um ja nichts zu verpassen. Die Tür können wir auch noch aufhebeln. Da ist doch bestimmt was Schönes dran. Ah, das ist nur ein Shortcut. No one leaves. Niemand entkommt. Ja, von hier kommen wir. Ja, die Tür ist nur hinter uns zugegangen. Ich verstehe. Ja, hier können wir noch hoch. Wir hätten wahrscheinlich nicht nur stumpf stehen bleiben können, sondern auch hier uns überall verstecken können. Aber wieso denn? Kein Tagebuch, Lera? Nein. Okay, ähm... So langsam geht's hier in den Kampf. Dann holen wir hier mal ein paar Upgrades. Sicherer Schutz. Mehr Zeit. Ähm... Das haben wir schon. Wir können hier noch gar nichts. Dann mache ich mal den sicheren Schuss. Okay. Rang 2, abgehärtet. Okay, wir sind Fähigkeitsstufe 1. Okay. Also müssen wir erstmal hier beim Überleben wahrscheinlich weitermachen. Ähm... Wir haben mehr Tierkadaver. Das ist hier. Finden sie bei Totenfall fähigsteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Machen wir das. Haben wir jetzt... Ne, wir sind immer noch Anfänger. Okay. Aber hier die Ausrüstung können wir auch noch upgraden. Den Bogen... Diebe ich ja. Dann machen wir das hier. Dann, äh... Höhere Schussfrequenz. Sehr schön. Ah, jetzt haben wir auch das Maschinengewehr hier. Äh... Mehr Kugeln. Stabilisierung. Rückstoß. Nachlade-Tempo. Okay, wie kriegen wir denn hier... Ähm... Mehr... Schaden drauf. Ach, machen wir mal das hier. Wir haben immer noch 200. Acht. Können wir damit noch irgendwas machen? Wir können hier das Magazin vergrößern. Komm. Her damit. So. Pfeile. Oh. Wie ist denn die Kiste gerade gesprungen? Naja. So. Was ist das da? Wie viele Flugzeuge abgeschossen wurden? Sieben Männer, zwei Frauen wahrscheinlich. Oh Mann. Ah, wie viele überlebt haben auch, oder? Ja. Das sind dann... Hier da oben sind die, die gestorben sind bei dem Flugzeugabsturz und unten die überlebt haben. Weil das Flugzeug in zwei Hälften gerissen ist, habe ich jetzt gerade überlegt, ob das vielleicht eine Anspielung auf Lost ist. Aber, ähm... Das waren ja mehr. Da ist er. Vater Matthias wird uns befreien. Wovon? Diese Insel? Auf jeden Fall mal von... Werd ich euch von den Plakaten da befreien. Wenn ich hier irgendwo was dafür finde. Da oben. Da muss man vorsichtig... Oh, hallo? Noch einer? Ne. Darauf war ich vorbereitet. So. Dann hier runter. Äh. Wo war das Blockat? Da. Oh man. Manchmal bin ich schon ein bisschen blind. So, hier war auch ein rotes Fass. Das hätte uns wahrscheinlich auch eben geholfen. Ihn können wir looten. Oh. Okay, wenn der da die ganze Zeit gesessen hat, dann hatte der aber kein schönes Leben. So, hier können wir aufstemmen. So. Weiter geht's. Nochmal Loot. Und eine. So. Oh. Ist da alles kaputt. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du erst manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, äh. Du musst sie erst mal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Oh Gott. Schon wieder klettern. Großartig. Ich habe mir überlegt, wie oft sie danach wieder klettern, noch klettern musste. So, dann hören wir uns noch an, was es hier zu sagen gibt. Und das ist doch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Okay, das hört sich wirklich ein bisschen nach Lost an. Und wir haben hier dem Matthias ein zweites Tagebuch gefunden. Was gibt es hier noch? Feile und Beile ist gut. Und es fängt an zu schneien. Okay, dann gehen wir mal hier durch. Quatsch. Heiße Rohre. Oh nein. Was ist das? Ich verstehe schon. Oh. Das mit dem Toh muss jetzt anerklappen. Oh. Und. Zeig. Kass. Da hoch soll ein Bier Da freu ich mich aber Irgendwie nicht So Dann gehen wir mal hier runter Da ist nochmal ein Lagerfeuer Schön Aber sie hat uns wieder nichts zu sagen Also ich besuche die Lagerfeuer eigentlich immer nur Um diese Tagebucheinträge zu hören So Ist hier noch irgendwas Ich habe ein bisschen Angst Da raus zu gehen weil Das letzte Propagandaprakat fehlt uns ja Ich denke das ist mir eher da drin Als hier draußen Aber wir gehen mal hier weiter Oh nein Oh geschafft Nein, 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 nein Nein Das ist Oh Also langsam habe ich das mit den Quicktime Events Ja, eins Ja, eins Fuck weg hier Zwei Ah Der da oben Zack So So, wo ist drei Ah Fuck Nicht getroffen Komm raus Zack Da ist noch jemand Ich höre mich rein Da oben Ich höre mich rein Ich höre mich rein Oh, jetzt sind sogar mehr Komm Komm vorbei Ach So Okay Okay Da ist noch jemand Die Musik ist ja auch noch an Da oben Ist der tot Ja Ja Ich denke ja So Aber weil die Musik immer noch läuft Denke ich immer noch, dass hier irgendwo jemand ist Cool Oh, Kistchen Die Erkennungsmarke eines Soldaten Ich erkenne das Kanji nicht Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt Ach was Aus Holz Und Leder Die Amis hatten doch immer so Ähm Metallerkennungsmarken Haben sie heute noch Die Deutschen auch Übrigens Die sind aber Irre hässlich Kann ich euch sagen Ich kann sie nicht sehen Ey, ich hab den noch getroffen So Hier ist sie noch Ja So Hier kann ich mich irgendwie runterschwingen Ich guck grad, wo ich am besten lang gehe Dann schwingen wir uns mal hier runter So, da kommen die Tschüß Hallo So Und noch einer So Hätte ich das gewusst, hätte ich die Das gute Faser später gezündet Aber wie kann man sowas ahnen So Da ist noch Dings Ich hab irgendwie das Gefühl Hier irgendwo ist dieses Plakat Ich such das wie verrückt Ich will diese Aufgabe lösen Naja Wahrscheinlich mal hier nirgendswo Komm wieder hoch Hier Oh, da ist noch was 13. Oktober 1990 Noch wichtiger Sie müssen ohne Zögern Töten können Denn das wird ein Teil ihres Lebens sein Sie brauchen Struktur Ein Ziel Und Arbeit Und wenn die Insel mein ist Werde ich das wahre Geheimnis Der Stürme lüften Ok Der Messiah ist scheinbar echt ein Büssermann Und wir haben eins vergessen Fuck Ich glaube aber Wir können hier überall nochmal zurück gehen Also nicht jetzt Sondern Später mal So Na oh Ist einer Zack Aus der Luft Und du Ah fuck Zack Wo sind die alle Da ist einer noch Drauf aus der Luft Kommt auch Wenn die Kommt Ah Schmeißen Smollethoff So Okay Der hat fallen lassen Oh man So Den haben wir Die haben gerade gesagt Hol den großen her Ich würde gerne wissen Wer der große ist Und wo der Rest hier ist Da kommt der große Aus dem Weg Sie gehört mir Okay Jetzt Machen wir hier keine Spurenze Okay Wahrscheinlich bringt das nichts Auf das Da zu schießen Sondern müssen ausweichen So Okay Ausweichen Simpel Ich würde gerne wieder auf den Bogen gehen Macht mir doch ein bisschen mehr Spaß So Den können wir Okay Wir haben noch was gefunden Verwogen Waffenteile Finde ich sehr praktisch Und Und rein Wenn hier überhaupt noch jemand lebt Also wir haben ja hier ziemlich Gas gegeben Und ich glaube die Musik wäre dann noch an Oh Wo ist dieses scheiß letzte Plakat Da ist der Rüßgut schon mal So Komm schon Ach So Da machen wir das aber an Ne Es ist nicht das Plakat Ich dachte gerade Es wäre auch zu schön gewesen Aber Zündel Zündel So Da war aber sonst nichts Oder Ah doch Da ist auch was Eine Plakette Wie sie Schützen zweiter Klasse In der kaiserlichen japanischen Armee Verliehen wurde Aha Hm Eine undeutliche Kanji-Gravierung Der Name einer Person Mhm Mhm Interessant Okay Hier gibt es wirklich einiges zu finden Das ist echt verrückt Und hier ist noch mal ein Lagerfeuer Sie hat uns wieder nichts zu erzählen Deswegen gucken wir mal hier Wir haben doch jetzt ein Bogenteil gefunden Können wir das nicht nutzen? Ne Gewehr Upgrade Und Handfeuer Waffen Upgrade Dann gucken wir mal hier Was wir hier noch machen können Salve Modus Schnellfeuer Modus Hm Größeres Magazin Rückstoß Verringerung Hauen wir das mal drauf Und sonst haben wir glaube ich kein Geld Oder kein Material mehr Aber da liegt noch was Hallo So Ich bin dran Siebzehnter September 1982 In meinem Geist formt sich ein Plan Um die Macht der Insel zu erschließen Muss ich erst begreifen Was hier geschehen ist Ich brauche Zeit und Platz Um den Ort zu studieren Es gibt hier viele Geheimnisse Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs und eine mysteriöse Königin. Mit ihr begann alles. Ja, da spricht er wohl von der Yamatai. Oh, und wir haben das fehlende doch gefunden. Okay, die sind schon einmal nicht in Reihenfolge hier. Hätten wir vorher hier sein sollen? Ich weiß es nicht. Komisch. So, wir müssen da hoch. Können wir das jetzt... Können wir da hochklettern jetzt? Oh, Mann. Das wird spektakulär. Aber... Oh. Doch recht fit, unsere Lara. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Genau, auf geht's. Es ist nur eine Leitung. Oh. Es war eine Leitung. Komm, weiter. Mai ist es schee. Komm, oben ist es bestimmt noch ein Stück schöner. Krass, die Bunkeranlage da unten. Oh, und noch höher. Da fiel ein paar Sprossen. Oh, malw major. Dann wißt du, oh, malw 1983. Genau. Nein. Baufz oder bludz? 低maß. Aufstieg, insgesamt nicht mehr. Alex? Lara! Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turf müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal. Und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey, wir drücken hier unten die Daumen so fest, wie wir können. Danke. Nett von euch. So, jetzt dürfen wir hier Sendersuche machen. Big FM. SWR. Okay. Nehmen Sie Ihre Koordinaten an und warten Sie auf Antwort. Sie haben das internationale Notsignal-Reaktionssystem erreicht. Oh, ja. Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Ordnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja! Lara Croft! Du bist meine Heldin! Wuhu! Wuhu! Hey! Hat Ray jetzt gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin. Flammen. Das kriege ich hin. Ein Lichtblick. Und wir... Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin ganz sprachlos von dem schönen Ausblick hier. Das ist wirklich super geil. Ich würde hier noch ewig stehen bleiben. Ganz ehrlich. Gerade das hier hinten. Wow. Wow. Ich will... Gucken. Ohne... Ohne dass irgendwelche Anzeigen im Weg sind. Wow. Ja. Ich will... Euch nicht damit nerven. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.